Ich bin Marcel Müller, Geschäftsinhaber der Schreinerei Marcel Müller Innenausbau und Massküche in Rossau-Mettmestetten. Meine Schreinerei produziert Einbauküchene, Einbauschränke, Türen und sonst allgemeine Schreinerarbeiten. Seit über 30 Jahren schätzen wir die Firma Ineichen AG als kompetenten und vertrauenswürdigen Partner im Maschinenbereich. Das breite Maschinenangebot mit dem Support von der Beratung bis zur Installation überzeugt uns. Für die Auswahl des neuen Kantenleimautomat haben wir ein Pflichtenheft erstellt. Schon bald hat sich gezeigt, dass der Kantenleimautomat bei SC Acron 1400 unsere Anforderungen perfekt erfüllen kann. Die Abwicklung der Auswahl, Beratung, Installation und Einführung hat reibungslos funktioniert. Der Zeitplan hat exakt eingehalten werden. Die neue Maschine mit dem Partner Ineichen AG ergibt für uns eine hohe Produktionssicherheit. Auch bei den Service- und Unterhaltsarbeiten können wir auf fachkundiges Personal zurückgreifen. Produktivität haben wir dank der neuen Kantenleimautomat erheblich steigern können. In unserer Kundschaft können wir ein perfektes Kantenbild, ob PU oder EV angeleimt, garantieren. Wir sind überzeugt, dass die Firma Ineichen auch für Sie der perfekte Partner ist.